Wir präsentieren unsere neue Generation Scala 2, unser kompaktes Hauswasserwerk, was am 1. Mai rauskommt und wo wir geschafft haben, mit noch einem Dezibel weniger dieses Produkt zu betreiben. Zusätzlich wird dieses Produkt eine Zulassung haben für die Trinkwasserleitungen, weil wir hier mit einem weiteren Zubehör dafür sorgen, dass wir hier normkonform arbeiten können. Die elektronische Regelung ganz besonders sorgt dafür, dass wir in komfortablen Betrieb für den Endkunden haben, der hier je nachdem, wie viele Zapfstellen offen sind, aber immer den gleichen Druck zur Verfügung hat. Zusätzlich verfügt die Scala 2 über 10 Schutzmaßnahmen, das heißt ein Trockenlaufschutz, eine Überspannung, ein Unterspannungsschutz, stellen wir Ihnen hier zur Verfügung, damit hier im täglichen Betrieb dem Produkt auch nichts passieren kann. Wir glauben hier, ein super kompaktes Hauswasserwerk zur Verfügung zu stellen mit elektronischer Regelung und einem super leisen Betrieb. Zusätzlich ist dieses Produkt wetterbeständig das bedeutet ohne zusätzliche Zubehör wie eine Haube oder ein Dach drüber kann dieses Produkt draußen betrieben werden, bis zu 55 Grad Außentemperatur und somit auch im Regen ohne weitere Probleme einsetzbar. Die verwendeten Materialien der Scala 2 sind bereits uberkonform und somit trinkwassertauglich, aber um sie in Deutschland in die Trinkwasserleitungen installieren zu dürfen, werden wir ab Mai ein Zubehör zur Verfügung stellen, sodass wir hier dienkonform handeln können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017